Moin Moin, liebe Leute, hier ist wieder Ritchie Rakete, der rockende Altenpfleger. Ich habe jetzt Feierabend, Schicht ist rum. Angenehme Schicht, konnte heute ein bisschen später anfangen. Einer, nee, zwei Leute im Krankenhaus. Und ja, eine witzige Anekdote, wie immer, musste natürlich heute kommen. Gestern war eine Patientin beim Vedenarzt, beim Gefäßchirurgen und wurde durchgecheckt. Und sie hat eine Artilleriesklerose. Ich dachte, das heißt Arteriosklerose. Eine Artillerie ist eine Kampfmannschaft oder sowas. Eine Truppe. Ach ja, sagt sie, hat er auch gesagt, Arteriosklerose. Okay, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Heute begleiten mich die Motor Jesus, kam jetzt nicht auf den Namen. Und ein geiles Album. Wheels of Purgatory heißt das Album. Ich glaube schon so drei, vier Jährchen alt, aber ziemlich geil. Okay, macht ihr gut. Schönes Wochenende. Alles gut. Ich bin also gut. So, jetzt füine ich jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020